Vor 150 Jahren wurde mit der Pariser Kommune der erste Versuch einer sozialistischen Gesellschaft gestartet. Damit begann eine Zeit der grundlegenden Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Paris. Wie es zum Volksaufstand, zur Errichtung der Pariser Kommune kam und wie sie schlussendlich nach 72 Tagen ihr blutiges Ende fand, seht ihr in diesem Video. Bevor es zur Errichtung der Kommune kam, hatte sich die Lage im damaligen Frankreich ökonomisch und politisch stark zugespitzt. Deutschland und Frankreich waren seit 1870 im Krieg und dieser Krieg hatte besonders das französische Volk aufgezehrt. Nachdem der Kaiser Napoleon III gemeinsam mit rund 100.000 französischen Soldaten im September bei der Schlacht von Sedan in Gefangenschaft kam, zeichnete sich schon ab, dass Frankreich den Krieg verlieren würde. Bald darauf endete das Zweite Kaiserreich in Frankreich und an die Stelle des Kaisers trat eine Nachfolgeregierung, die den Krieg weiterführte. Die deutschen Truppen nahmen weite Teile Frankreichs ein und schon bald waren sie bis Paris vorgedrungen. Im Februar 1871 kapitulierte Frankreich und trat in Friedensverhandlungen ein. Die Situation der Menschen in Paris verschärfte sich durch die deutsche Belagerung immer mehr. Es kamen keine Nahrungsmittel an und die Menschen mussten hungern. Das führte dazu, dass das Misstrauen in der Bevölkerung gegenüber der Regierung wuchs. Im damaligen Paris war es gerade zu Zeiten der Belagerung üblich, sich in Clubs zu treffen und politische Reden zu halten, zu diskutieren. Die Regierung beobachtete die Situation mit großer Angst. Sie sah, dass insbesondere die arbeitende Bevölkerung wegen der allgemeinen Situation sehr aufgebracht war. Dazu kam noch, dass Paris seit jeher eigene militärische Truppen hatte, die Nationalgarde, die nicht der Zentralregierung unterstellt war. Das war so etwas wie eine Pariser Bürgerwehr. Sie hatte ihre Kanonen in den Arbeiterinnen- und Arbeitervierteln gelagert. Um den bewaffneten Aufstand zuvor zu kommen, versuchte die Regierung in der Nacht vom 17. auf den 18. März diese Kanonen heimlich zu stehlen. In den frühen Morgenstunden flog dieser Plan dann auf. Immer mehr Menschen sammelten sich auf den Straßen und stellten sich den Soldaten in den Weg. Besonders die Pariser Frauen waren es, die sich als erstes den regierungstreuen Soldaten in den Weg stellten. Sie schlugen Alarm, blockierten die Straße. Bald darauf traf die Nationalgarde ein. Es gibt eine Schilderung von einem Journalisten und Kommunaden, der diese Situation selbst miterlebt hat. Die Frauen gingen zuerst vor. Sie waren durch die Belagerung gestehlt. Sie hatten eine doppelte Portion des Elends zu tragen gehabt und warteten nicht auf ihre Männer. Sie umringten die Matriösen und sprachen auf die Geschützführer ein. Es ist eine Schande. Was macht ihr hier? Die Soldaten schwiegen. Dann und wann, sagte ein Unteroffizier, geht, gute Frauen, macht, dass ihr fortkommt. Der Ton seiner Stimme war nicht rau und die Frauen blieben. Eine große Menge von Nationalgardisten mit erhobenen Gewehrkolben, Frauen und Kinder, stürmen durch die Rue des Rossiers vor. General Lecombe sah sich umzingelt. Er befahl dreimal, das Feuer zu eröffnen. Aber seine Leute blieben Gewehr bei Fuß. Als die Menge näher kam, verbrüderten sie sich und Lecombe und sein Offizier wurden festgenommen. Doch am 18. März besetzte die Bevölkerung von Paris das Rathaus und rief die Kommune aus. Mit der Nationalgarde als politische und militärische Führung. Überall wurden die blau-weiß-roten Fahnen abgehangen und durch rote Fahnen ersetzt. Die Menschen banden sich rote Binden um ihre Arme, trugen rote Halsbänder, rote Gürtel, rote Tücher. Es wurden sofort Wahlen für in acht Tagen festgesetzt, bei denen der Rath der Kommune gewählt werden sollte. Zwar waren Menschen aller Klassen berechtigt zu wählen, doch Frauen hatten kein Wahlrecht und durften sich auch nicht aufstellen lassen. Der Rat der Kommune war eine bunte Mischung von revolutionären verschiedenster Schichten. Aber unter maßgeblicher Führung der Arbeiter. In ihm wurden unheimlich breite Forderungen aufgestellt. Von antikirchlichen Reformen, die schon lange versprochen worden waren, bis hin zur Enteignung von Fabrikanten. In den knapp zehn Wochen der Pariser Kommune wurde das gesamte gesellschaftliche Leben umgewälzt. Genossenschaften übernahmen stillgelegte Fabriken und brachten sie wieder zum Laufen. Frauen sollten ab jetzt der gleiche Lohn für die gleiche Arbeit gezahlt werden. Leerstehende Häuser und Wohnungen wurden beschlagnahmt und an Bedürftige vermittelt. Mietschulden wurden erlassen. Es wurde die Schulpflicht eingeführt und es begann eine Bildungsreform, in der auch Frauen maßgeblich mitgewirkt haben. Auch wenn Frauen kein Wahlrecht hatten, spielten sie eine fundamentale Rolle in der Pariser Kommune. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass es bereits eine organisierte Frauenbewegung gegeben hat, bevor die Kommune ausgerufen worden war. Die Frauen trafen sich in den Clubs und diskutierten gemeinsam. Einige von ihnen hatten auch enge Verbindungen zur Internationalen Arbeiterassoziation, dem internationalen Zusammenschluss der proletarischen Parteien. Während des Aufstandes beteiligten sich die Frauen aktiv an der Verteidigung der Volksmacht. Sie bauten Barrikaden und bildeten eigene militärische Einheiten, die Frauenbataillone. Die Zentralregierung verhandelte weiter mit dem Deutschen Reich. Am 10. Mai kommt es dann zu einer Einigung mit Bismarck. Das Deutsche Reich darf sich Elsass und Lothringen einverleiben. Dafür entlässt Bismarck die kriegsgefangenen französischen Soldaten, um die Kommune von Paris im Blut zu ersticken und auch in anderen französischen Provinzen Aufstände der Bevölkerung niederzuschlagen. Bald darauf marschieren diese Soldaten auf Paris zu, schlossen die Stadt ein und begannen sie zu beschießen. Auch deutsche Truppen lagerten weiter in der Nähe von Paris, um den Ausgang der Kämpfe abzuwarten und waren bereit, im Notfall dem gerade erst besiegten Erzfeind Frankreich zur Hilfe zu kommen. So kam es dann zur blutigen Maiwoche. Am 21. Mai drangen die Regierungstruppen in Paris ein. Es begann eine Woche voller Straßenkämpfe. Paris stand in Flammen und die französischen Truppen metzelten jeden und jede ab, die sie verdächtigten, am Aufstand teilgenommen zu haben. In allen Straßen lagen Tote. Es kam zu Massenerschießungen. Die Schätzungen gehen von rund 30.000 Opfern auf Seiten der Kommune aus. Auf diesen Leichenbergen errichtete Adolphe Thiers die neue bürgerliche Ordnung. Ein paar Monate später wird er der erste Staatspräsident der dritten französischen Republik. Für die sozialistische und kommunistische Bewegung war die Kommune von Paris ein Meilenstein. Sie zeigte, welche ungeheuren Kräfte entfesselt werden können, wenn die arbeitende Bevölkerung sein Schicksal in die eigene Hand nimmt. Auch war es der erste Versuch, ein Rätesystem in einem großen Maßstab zu etablieren. Karl Marx und Friedrich Engels beobachteten die Ereignisse in Paris genau. In ihren Schriften bezeichneten sie die mutigen Kommunarden als Himmelsstürmer. Sparten jedoch nicht mit Kritik. Sie kritisierten beispielsweise, dass die Kommune zu rücksichtsvoll mit ihren politischen Feinden umging, dass diese sich später vernichten konnten. Auf diesen ersten Versuch des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft sollten noch zahlreiche weitere folgen. Wir hoffen mit diesem Video eine bedeutende Periode in der Geschichte der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung beleuchten zu können. Du kannst uns gerne unterstützen, indem du das Video teilst und uns deine Kritik in die Kommentare schreibst. Ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Video.